und damit hallo zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren folge atlas immer noch auf erkundung und wir haben hier eine neue art von insel entdeckt schauen wir mal was uns hier erwartet der adamantin refuge okay wir sind hier unten die könnten wir fast einnehmen aber vier camps das werde ich wahrscheinlich eher offscreen machen aber jetzt werden wir erst mal schauen was uns hier so erwartet okay erst mal schweinchen aber halt vom design her schaut die ganz anders aus die felsen eher braun und hier soll es auch wieder gefahren geben also jetzt mal abseits von piraten so löwen oder so tiger vielleicht schauen wir einfach mal ich hoffe ihr seid auch gespannt was wir hier so erleben werden das hat der durchgang diese steine die waren ja nicht sie haben auf einer anderen insel schon mal gesehen aber eine giraffe ist ja schon noch zwei vier piraten camps das ist halt schon der hausmarke wenn wir jetzt einfach mal erkunden die insel und dann werde ich die meisten camps ohne euch machen und dann bei der letzten schalte ich euch dann wieder zu aber jetzt werden wir erst mal schauen was hier so geboten ist standardtiere halt möwen dann oder pappaga ist schön so karte wie schaust du aus wo sind wir denn jetzt eigentlich so relativ mittendrin schauen wir mal ob wir hier schon piraten vor entdecken level 9,7 ist das der schwierigkeitsgras scheint so oder das ist ja schön der wasserfall deshalb toll ein bär hier und viel honig scheint sie zu geben schon die erste biene hat schon angst um ihren honig muss er denn hin da kommt sie und blub weg damit hallo das hat ein bisschen an damit wir rechtzeitig diese camps sehen karte wir sind hier unten ok da kommst du da nicht rauf schneefell bist halt doch keine bergziege hier geht's rüber ok hier ist eine schöne bucht hühnchen sind immer gut kommen wir hier eigentlich wieder irgendwo hier kommst du rüber ok noch sehe ich kein camp wenden wir mal kurz und da ok was haben wir hier unter wasser nichts einfach seichtes wasser ohne groß atemreichtum ja doch ein bisschen ein paar friedliche fische gibt es hier hier gibt es bühnen aha da ist das erste vor sollen wir uns das gleich mal vorknöpfen jetzt wo wir schon hier sind wir werden sicher gleich schießen das schaut interessant aus hier diese ebene wo sie schießen schon wo ist denn dieses vor hier oben sind sie hier oben ok gut schneefell hier hört man schon irgendwer in geschützt sich drehen ok hier müssen wir runter hier müssen wir runter leute nehmt eine waffe ok wir haben kritische treffer an ich sehe nichts und du auch noch los schneefell schnapp sie dir und da ist auch noch jemand ok wieder einer weg los schneefell schnapp sie dir super aua ich hänge fest hier ok wieder eine geschnappt wie kommt man denn aus dieser komischen kamera hier raus da oben schießt jemand da ist eine leiter und nein nicht so quatsch schon wieder ja ok 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 ich verstehe ich verstehe da muss man sich wieder hochcheaten oder was oh man ist das nervig warte mal komme ich hier rauf auch nicht alter leute wie soll man denn sowas machen können kletter 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 und back durch wie soll man denn sowas schaffen ich pack schneefell jetzt mal hier weg oder ja ok was ist denn das ach ne biene nochmal ok gut das mach mal anders diese cheaterei die man da leider braucht die werden wir dann die werde ich dann offscreen machen wir werden jetzt aber auf jeden fall mal ein bisschen kämpfen zusammen das klappt ja ganz gut wenn die gegner am boden sind dann klappt das super aber halt das habe ich halt bei anderen inseln auch schon machen müssen ich bin stellenweise nicht durchgekommen nicht irgendwie weiter rauf das war echt immer so ein problem ich weiß nicht wie erwarten sich die entwickler des wie soll man denn das machen wenn man da die leitern durch glitscht dieser stein schaut echt interessant aus was haben wir denn hier kalkstein basalt schon wieder dieser quatsch also warum gibt es eigentlich immer nur dasselbe material schneefellig weiß es rentiert sich halt hier nicht aber die insel ist coole gefällt mir die will ich haben okay ne wisst ihr was leute da wird die folge jetzt auch ein bisschen kürzer dann werden wir das jetzt so zusammen machen ich werde die insel schon mal groß bereinigen von piraten und bei der letzten hole ich euch da mit dazu so moment wo war denn das jetzt hier war denn dieses camp das ist halt echt irgendwie ja okay ich möchte jetzt nicht die ganze zeit meckern müssen wo war denn das camp hier genau da hinten ist es okay leute dann macht's gut bis zur nächsten folge sorry dass die wieder kürzer war aber wir machen da noch eine folge und die hänge ich dann in der nächsten dann mit dran macht's gut ciao und servus jetzt